Ja, Matthew Markic hier und bitte entschuldigt das asoziale Unterhemd, aber es ist einer dieser extrem heißen Tage hier in der Startup-WG und ich wollte nur einen kleinen Shoutout dalassen für alle, die ich am 13.11. in Frankfurt bei der Entrepreneur University kennenlernen werde. Ich freue mich echt wahnsinnig darauf, es ist einer der Gigs dieses Jahr, wo ich mich wirklich darauf freue. Viele junge Menschen, die Großartiges zusammenreißen wollen, viele coole Kollegen da, Alex Hartmann ist da, Hande Klöters ist da. Also es wird wirklich sehr, sehr geil, drei Gründe, warum du auf jeden Fall dabei sein solltest, falls du noch unentschieden bist. Und der erste Grund ist, dass so der Moment, wo du aufhörst zu lernen, ist eigentlich der Moment, wo du deinen Laden zumachen kannst, wenn du noch gar keinen Laden hast, dann der Moment, wo so der Moment, dass du deinen eigenen Laden hast, so in echt weite Ferne rückt. Es gibt so eine geile Situation, die ich immer wieder gerne erzähle, da war ich auf einem Seminar unterwegs zum Sprechen und ich habe so in der ersten Reihe vorne links saß so einen Typ und ich wusste, dass er finanziell echt extrem erfolgreich ist und trotzdem hat der mitgeschrieben wie ein Drittklässler und nach der Show bin ich so zu ihm hin und meinte, Alter, warum bist du überhaupt hier und warum schreibst du so viel mit? Also du bist doch fertig. Und dann meintest du mir, ey, pass mal auf, der Moment, wo ich aufhöre zu lernen, ist der Moment, wo ich meinen Laden zumachen kann und das ist echt ein Spruch, den ich nie wieder vergessen habe und den möchte ich auf jeden Fall in diesem Sinne irgendwie mitgeben in der Hoffnung, dass wir uns am 13.11. in Frankfurt sehen. Der zweite Grund, warum du definitiv dabei sein solltest, ist Proximity is Power. Okay, Proximity is Power heißt nichts anderes, als dich mit Menschen zu umgeben, die schon das haben, was du haben möchtest oder die auch das aufbauen wollen, was du vielleicht aufbauen möchtest, hat einfach zur Folge, dass es deine Entwicklung wirklich überproportional beschleunigen wird, einfach nur durch die Tatsache, dass du dich mit diesen Menschen umgibst und dass du einfach nah dran bist an dem, was du möchtest, was du für dich planst. Und der dritte Grund, warum wir uns definitiv sehen sollten am 13.11. in Frankfurt bei der Entrepreneurs University, ist, dass Innovation immer auch Progression bedeutet. Der Moment, wo du was machst, was du vorher noch nie gemacht hast, der Moment, wo du auf ein Event gehst, selbst wenn du vielleicht vorher mal skeptisch warst oder noch nie auf einem Event warst oder noch gar nicht weißt, ob das was für dich ist, aber so einen neuen Weg zu gehen, hat immer auch ein ganz, ganz neues Ergebnis. Und das ist was, was nicht viele machen, also da wird echt so ein, ja, da wird eine kleine Gruppe aus wirklich spannenden Menschen sein und ich habe da immer so das Bild, das sind so die Leute, die das machen, was wenige machen, sind die Leute, die das haben, was wenige haben. Und ich hoffe, dass du zu diesen Leuten gehörst und dass wir uns am 13.11. in Frankfurt sehen. Alles klar, bis dahin. Ciao.